Hallo ihr Lieben, was sind denn schon mal Peter, heute Psychologe und so weiter und so fort. Genau, heute wieder ein neues Thema, du kannst euch wirklich Fragen stellen über einformular auf liebeschiff.de. Heute geht es ums Thema, wenn der Mann so gar nicht in die Pötte kommt, wie kann man das werten und ich mache nochmal deutlich, dass es irgendwie so eine, ja wir haben das erst so Liebeschiff Traumakurs, aber irgendwie scheint das im Begriff zu sein, der viele ganz unterschiedlich wahrnehmen, deswegen haben wir den Kurs nochmal umgeändert in Breaking Good, also wie kann man aus schwierigen Beziehungserfahrungen, wie auch immer man die für sich nennt, wie schaffe ich diesen Übergang ins nice geile Leben, das nochmal zu fokussieren, wie kann man wieder vertrauen, also was kann man da unterstützen, es wird da auch so zwei Meditationstermine geben und ja, könnt ihr mal reingucken, ich verlinke es dir drunter mal, gibt es wie immer dann zum Frühbucherpreis und dann starten wir mal, würde ich sagen. Hallo Christian, ich habe schon mal deine produktive Hilfe in dieser Form in Anspruch genommen, deshalb gerne wieder, ich habe dich vor zwei Jahren in dem Video der Nummer 1 Gründ, warum du deinen Ex nicht vergessen kannst, nach deiner Haltung zu meiner damaligen Beziehungssituation gefragt. Seine Antwort war schon teilweise streng, ja ich bin halt nicht so der Sugarcoater wie viele auf Social Media, aber gut, jeder hat halt, ich denke mal das bringt nichts, wenn man die Sachen nicht adressiert, also mir hat es auf jeden Fall auch nie was gebracht, aber danach habe ich danach tatsächlich meine Straßenseite betrachtet und habe mich von meinem damaligen Mann getrennt nach einer Weile und das digitale Teche Mechtel mit meinem Ex-Freund vor 15 Jahren beendet, ich vermute mal, dass es da auch wieder so ein Dreieck ging. Inzwischen bin ich seit fast zwei Jahren Single mit drei Kids und bin sehr glücklich in meinem Leben, sehr gut, auch wenn es natürlich immer wieder viele Herausforderungen bereithält. Jetzt zu meiner aktuellen Frage, ich habe nicht nach einem neuen Mann gesucht, habe mich aber Schritt für Schritt in einem Arbeitskollegen verliebt. Naja, also die Menschen, mit denen man viel Zeit verbringt und die so grundsätzlich in Frage kommen, passiert das leicht und ja, ist ja auch Offline-Dating, also gut, klar, Arbeitskollegen haben auch so ihre spezielle Geschichte, aber das scheint jetzt hier nicht Thema zu sein. Er ist etwas älter als ich, ich bin in den 40ern, er ist zehn Jahre älter. Und zwischen uns ist noch nichts Körperliches passiert, außer etwas Händchen halten oder ein bisschen rumgekuschelt und umarmen. Also noch nicht mal ein Kuss. Wir sind uns emotional immer näher gekommen durch viel Humor, tiefe Gespräche und so weiter. Also grundsätzlich gilt das für viele immer so als Königsweg, dass man sich so langsam kennenlernt und dann Friends to Lovers, also man kommt sich näher. Und das Problem ist nur, dass es eben manchmal dann doch nicht so läuft, deswegen sollte man solche Prozesse jetzt nicht unbedingt besser betrachten als Prozesse, die den ganzen Tag schneller laufen, wenn sie natürlich nicht toxisch sind. Aber gut, würde glaube ich vielen so entsprechen. Das hat sich über einen Zeitraub von circa einem Jahr so entwickelt. Eieiei, das ist schon ein bisschen sehr lang, ne? Das ist halt das Problem, ne? Seit dem Frühling haben wir angefangen, uns auch außerhalb der Arbeit zu treffen, spazieren, gehen, Kaffee trinken. Er hat mir auch schon im Garten geholfen und mir Dinge repariert. Tja, außerdem schenkt er mir auch kleine Dinge, ist interessiert an meinem Leben und kümmert sich. Ja, also ich sag mal so, diese, wenn man jetzt sagt, man will auch einen Partner haben, der auch sozusagen, wo man auch eine freundschaftliche Ebene hat, das habt ihr euch mal auf jeden Fall Checkbox, aber wir haben halt immer auch noch so diese, ja, ich meine, irgendwo geht es natürlich in einer romantischen Beziehung auch um die körperliche Ebene, so, ne? Und wenn die nicht stattfindet, dann, ja, es ist halt immer noch eine Freundschaft, ne? Ich würde ihm sehr gerne körperlich näher kommen, aber ich trau mich nicht. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass er die Initiative dazu ergreift. Ja, also polaritätsmäßig wäre das auch absolut sein Job. Er macht mir auch Komplimente und verhält sich sehr zugeneigt. Was könnte ihn daran hindern? Ja, ich würde sagen, das ist doch jetzt mal Zeit wieder fürs große Datingbuch. Da werden wir jetzt mal reingucken, was das dazu sagt, ne? Also wir haben, ähm, was haben wir denn hier? Also Arbeitskollege, gucke ich erstmal unter Arbeit. So ein Jahr, Freundschaftsebene. Ja, also wir haben die großen vier, ähm, Sachen immer beim Dating. Also wir haben Balance, die haben wir hier. Wir haben Intimität, die haben wir ja auch. Ähm, also so eine Intimität im Sinne von, man kommt sich emotional näher. Ähm, wir haben Konsistenz, also er ist sehr konsistent. Und dann haben wir noch, warte mal, muss ich nochmal gerade gucken. Dann haben wir noch Progredenz. Also geht es weiter? Den Punkt haben wir leider nicht hier, ne? Danach könnt ihr eigentlich immer jede Dating-Situation analysieren. Könnt ihr auch gerne mal im Datingkurs für Männer und Frauen, äh, oder wo auch immer man sich da einordnet, äh, gucken. Also insofern haben wir keine Progredenz, nicht gut, ne? So, was könnte ihn daran hindern? Ja, was weiß ich, die Aliens haben von seinem Gehirn Platz ergriffen. Ich weiß es nicht, das ist immer so. Wir wollen ja in meiner Arbeit, in der Liebeschreibarbeit, wollen wir mal jegliches Rätselraten vermeiden. Weil es gibt immer tausend Gründe, warum Menschen, äh, was weiß ich, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist er, äh, also, keine Ahnung, ähm, ich zeige meine Zuneigung recht offen. Ja, damit hast du deinen Teil auch getan und ich habe jetzt so wilde Fantasien, ob er eine Krankheit, andere, äh, Sexorientierung hat oder was auch immer. Ja, ich habe ihn wirklich sehr gern, er ist nicht in einer Beziehung, lebt alleine und ist sehr autonom unterwegs. Ja, also, äh, gehen wir mal durch die verschiedenen Möglichkeiten mal durch. Ähm, also, du kannst es natürlich ganz offen ansprechen, so, ne? Ich meine, das wäre vielleicht ein bisschen ein awkward Gespräch, aber ihr seid ja erwachsene Leute. Also, du kannst sagen, Mensch, also, viele Frauen würden das, glaube ich, so, wenn man es jetzt überhaupt adressieren will, in die Richtung, wo geht denn das hin mit uns? Aber, klar, es ist nicht, was du unbedingt willst, aber wäre möglich, ne? Und dann, ähm, also, ich, klar, du willst jetzt auf jeden Fall diese Situation auflösen, das ist auch richtig, ne? Du willst wissen, was Sache ist und notfalls kann man tatsächlich ein ganz direktes Gespräch darüber führen, so, ne? Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, äh, du machst den ersten Schritt. Das hat, also, ich will jetzt nicht sagen, dass das grundfalsch ist oder so, ähm, wie gesagt, vielleicht, aber du nimmst ihm seine Arbeit als Mann ab. Ich weiß, das, äh, kann vielleicht nicht jeder teilen, aber wäre meine Meinung. Und, ähm, ganz objektiv muss man sagen, dass es erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt von, äh, was auch das Autonomie so betont, von bindungsvermeidenden Beziehungen oder dass man den Mann dann die ganze Zeit überall hin tragen muss, ne? Also, dass, äh, quasi nichts von ihm ausgeht, so, ne? Und was, was viele Frauen auf die Dauer dann massiv stört, so, ne? Ähm, ähm, und, ja, der dritte Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, sorry, wenn er es nicht auf die Kette kriegt, dann, ja, ist es halt so, aber klar, du sagst, so mag es ihn. Also, ich kann diese Irritation verstehen, weil wir reden ja jetzt nicht davon, dass jemand, ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwie einen super risky ersten Move machen muss. Also, du wirst ihm, ich meine, also, wie gesagt, wenn zwei Mann und eine Frau jetzt in einer heterosexuellen Beziehung, wenn die sich öfters treffen und verabreden, dann sind es Dates. Und bei Dates erwartet man, dass es in irgendeine, äh, Richtung geht. Und wie gesagt, die Frau gibt die Signale und der Mann, ähm, setzt sie dann um. Klar, ich finde es völlig in Ordnung, wenn die Frau auch viele Signale gibt. Oder ich finde es auch in Ordnung, wenn es vielleicht nicht, äh, ist für jeden was, so auf dem ersten Date gleich den ersten Move zu machen, so, ne? Also, du kannst es auch verstehen, wenn man das, ich sag mal so, ganz viele Frauen würden es nicht akzeptieren, ne? Was du hier schon, also, die würden sagen, oh, Alter, wenn du eigentlich beim, weiß ich nicht, dritten Date keinen Move machst, wenn, viele wären raus, so, ne? Ähm, meinetwegen kann man auch sagen, fünfte, vierte, fünfte, sechste, ich weiß nicht was, aber ihr seid ja schon mal im zehnten, zwanzigsten, dreißigsten, ich weiß es nicht, wie viele Dates habt ihr jetzt schon gehabt. Und, ähm, ja, da ist, da sind deine Fragen, sind total, äh, verständlich, ne? Und, und das ist sehr, sehr irritierend, so, ne? Ja. Also, letzten Endes, ähm, also, wenn du wirklich sehr gut findest, ähm, würde ich es irgendwie mal, muss man es leider mal adressieren, ne? Hilft allen nix, so. Weil, sonst, sonst hängst du da so ewig fest und könntest du in der Zeit ja auch andere, andere Männer daten, ich weiß nicht was. Und auch, wenn du jetzt klar wüsstest, keine Ahnung, er ist asexuell oder ich weiß nicht was, äh, und dann habt ihr, dann weißt du, was Sache ist und, äh, dann habt ihr eine gute Freundschaft und du kannst aber auch in Ruhe weiter daten, so, ne? Also, wäre für dich eine Win-Win-Situation, aber ist natürlich sehr awkward, ne? Also, es wäre, ist sicherlich kein, ist nicht, wie du dir das jetzt vorstellst, wie es weitergeht, aber der Punkt ist sowieso vorbei, ne? Es ist jetzt, also, die, ähm, das im Sturm erobern, ähm, hat nicht stattgefunden, ne? Also, insofern stehen da schon viele Fragezeichen in dieser ganzen Geschichte, ne? Ähm, ja, genau, ähm, was denkt ihr dazu? Schreibt's gern in die Kommentare und, ähm, ja, wir sehen uns mal wieder, ciao. Musik 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 Musik